jungs das muss schneller gehen jungs ich habe sie immer noch angefordert gehabt ja das erklärt so roboter denken sich auch wir sollten den spieler töten sollten den spieler töten er macht zu viele fehler ich werde mich anstrengen ich habe mich anstrengen ich tu mein bestes also wir haben die fusionsreaktoren gebaut wie wir sie bauen wollten wir haben die blute beschränken ja haben wir und wir haben hier oben das gemacht das heißt die sachen die ich zumindest auf der liste hatte sind so weit schon mal abgehakt das ist gut das heißt wir können jetzt ein bisschen das upgraden und rum albern mit noch mehr mini beacons automatisieren ja ich glaube das will ich da können wir richtig überpowerte anlage bauen oh hier sind sachen ohne sachen das geht nicht sachen und sachen geht nicht weil es ja das umgelegt wurde sind die ganzen module raus warum willst du nicht meine schönen guten blude haben wir haben schon den engpass oder kein silicon wafer doch so wir haben zu viele davon ja das so geht so viel zu viel ist gut das war glaube ich aber die prämisse für diese staffel alles im overkill machen damit wir keine stromengpässe haben und dergleichen hat nicht so ganz geklappt ja so das ding hier unten reiße ich jetzt ab wir brauchen keinen strom backup für so wir brauchen keinen strom backup mehr die ganze anlage brauchen weil ich auch nicht mehr das mit dem blut tank überkürst da es wurde was erwähnt mit einem fischer der blut macht aber ich finde die fische immer noch nicht immer noch mal greenleaf planting plant wir nehmen einfach jetzt hier unten wo kommt noch wasser ich glaube hier wasser gibt mir mal also ich glaube hier wasser baue hier ein paar fabriken hin die einfach nur fische produzieren und dann suche ich irgendwo anders ein rezept das aus fischen blut macht und das blut pumpe ich dann dahin damit wir 5 meter klo für uns selber erschaffen können das was das ist weder plan wasser nach da und hier lang so du stehst jetzt bitte hier mal hier fische und das machst du bitte mit gott modulen was ganz viele fische ähm tu die ganz vielen fische bitte in eine rote kiste oder direkt eine andere fabrik die daraus was herstellt äh fordere bitte an eine rote fabrik oder 50 rote fabriken okay und guck mal also stellt einfach mal daneben und gucken wo die rezepte sind wir bräuchten jetzt blut also blut aus fischen seh ich nicht die blutrezepte müssten eigentlich alle hier sein richtig gucken wir doch mal hier bei dem ding bild fischer need minimum one fischer was das würde ich gerade gerne bauen ähm inventory nein bank bank ich stelle eine bank da hin cursed vault if build base move okay jetzt brauche ich die ganzen cursed Sachen hier hin rebirth on base need bodies talent tier 6 minimum one fischer Hier kann ich meine Stills angucken. Und da wird auch genau erklärt, was was jetzt genau macht. Hätte ich mir früher angucken sollen. Aber allgemein mit Tooltips und so weiter habe ich es ja nicht. Aber das wisst ihr ja schon. Get an additional donation and arrows. Get an additional item. 15,6% inzwischen schon. Also Chance auf Verdoppelung. 32 Chance auf mehr Holz. 14% Chance auf mehr Erz. Und 330 mehr Erfahrungspunkte in allen anderen Sachen. Sword Damage, Sword Not Found. Ja gut. Allerdings hätte ich ganz gerne... Bei Fischer. Ich bräuchte ein Tier 4 Talent. Das heißt, ich müsste die anderen Talente umbauen. Und ich müsste die Talente erst mal bekommen. Talente bekam ich, wenn ich mit dem Bogen... 17 Türme schießen. Wenn ich mit dem Bogen in der Nähe bin von getöteten Gegnern richtig. Also ich müsste einfach nur ein bisschen rumstänkern. Mal eine Basis anticken. Und die dann nach Hause ziehen. Und dann baue ich Fabriken auf, die die Talente umwurschteln. So lange, bis ich die Fischer bekomme. Sobald ich den ersten Fischer habe. Wenn das Ding ja wirklich das macht, was ich denke, das macht. Sollte ich schneller an Blut rankommen. Was ich auch ganz gerne hätte, wären Blut Tanks, die eine höhere Reichweite haben. So, kommen wir hier hin. Dann gucken wir mal, ob wir gleich Erfahrung bekommen. Also nur der Tod einer Kreatur gibt da Talente. Nicht dies Schaden machen. Das heißt, das Beste wäre eigentlich eine ganze Horde von kleinen Vieh. Oder Bäume. Und keine Feinde mehr. Okay, 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 okay. Gab das auch? Ja, gab es auch. Also alternativ könnte ich auch einfach ganz viele Munition wieder einsacken. Wie viel habe ich da? Sechs. Ganz viele Munition einsacken und wieder töten gehen. Aber das ist mir zu langweilig. Momentan. Oh, ich baue gar nichts. Bau mal bitte. Blood Tanks. Hast du ein bisschen was? Oh, du bist voll. Super. Den zapfen wir doch gleich mal ab. Gehen wir hier runter. Hier hoch. Hier runter. Bis runter zu unserem Möchtegern-Klon. Irgendwie kommt da nichts an. Kann das sein? Kann ich dich nicht drehen? Das ist doch Eingang. Hä? Äh, ja okay, das gucken wir uns gleich an. Okay. Da runter. So, wo war jetzt die Blutanlage? Da hinten. Okay, dann geh mal hier oben lang. Ich würde das ungern quer durch die Basis machen. Komm bitte da raus. Mach hier einen Knick. Bau bitte mehr Rohre. Noch mehr Rohre. Fordere mal Eisen an. So. Hier runter nach da. Weißt du was? Mach bitte irgendwelche Rohre mit einer größeren Reichweite. So. Oh, Tachyon-Dien ist fertig. Ähm. Dann mach doch mal die Fünfe-Module. So. Was hatte denn die größere Reichweite? Titan bestimmt. Bau mal Titan-Rohre. Also Untergrund-Rohre. So. Guck mal. Psst. Ja, super viel mehr Reichweite. Echt toll. Super. Blut. Blut war da auf die Höhe. Und hier so könnten wir jetzt runter. Also machen wir einen Knick. Dann machen wir da oben ein kleines Netzwerk aus diesen Blut-Times. Und dann passt das schon irgendwie. Gleich sechs. Wow. Neues Zeug. Und bräuchten wir für Dreiergott-Module. Ja, arbeite mal in Richtung Dreiergott-Module. Das ist eine ganze Ecke, wir sind da unten. Bauen wir ein paar mehr davon. Ein paar mehr davon. Plump. 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 Ups. Das müsste jetzt alles direkt hierhin fließen, oder? 0, 0, 0, 0, 3. Da ist kein Blut drin. Also müssen wir vielleicht die elektrische Pumpe dazwischen stellen, dass das Blut aus dem Bluttank rausgesaugt wird. Oh, das hat wirklich ein Problem mit den Ausgängen. Mach mal so einen dahin. Und dann das. Das geht schnell. Mach bitte als nächstes sechster Produktivität zum Blut. Zack. Okay, dann bau einen... Kein Kompressor. Wo ist die... Ist? Ich brauche einen normalen Engine. Okay. Vorder, vorder bitte an. Das da. Gut. Dann bau jetzt bitte eine MK2-Pumpe. Die tust du dann da hin. Nee, da hin. Das ist die nicht leer. Was? Was mache ich falsch? Okay. Da und da und da. Hier kommt schon mal kein Blut mehr an. Die sind aber alle verbunden. Ah, der da ist nicht verbunden. Ah, okay. Diese erklärt es natürlich. Könnt ihr mal aufhören, so schnell zu forschen. So. Jetzt leert sich das Teil auch. Okay, super. Und das mit den Mini-Super-Beacons direkt bei den Forschungsdingern ist irregeil. Hä? Wir haben keine grünen Tränke mehr. Was? Er fordert keine grünen Tränke an, weil er schon sechs Mal geforscht hat. Und das Ticken kommt noch nicht schnell hinterher. Ich glaube, wir haben was kaputt gemacht. Normalerweise müssen wir eine Anzeige langlaufen. Es ist alles vorrätig. Ja, der ist einmal durchgerattet und war dann fertig. Krass. Ähm. Okay. Mach, mach das mal. Was passiert? Ah, es wird ja gar nicht hier geforscht. Es wird ja hier geforscht. Ihr habt noch gar keine Gottmodule. Jedenfalls nicht alle. Okay, da war ich kurz ein wenig verplant. Was wollten wir jetzt tun? Blutsch. Genau. Blutsch. Geh da runter. Du baust jetzt die Leiche. Können wir das boosten? Das Leiche bauen? Wahrscheinlich, oder? Crafting Speed? Ja, können wir. Bau mehr Mini-Beacons. So, jetzt haben wir gleich unsere Leiche. Die Frage ist halt nur, was mit der Leiche machen. Und wir müssten es einmal testen. Das könnte interessant werden. So, wir haben eine Leiche. In unserem WM-Char. Und da mussten wir hart daran arbeiten, dass wir diese Leiche haben. Jetzt gab es den Optionen. Ah, warte mal hier. Warum? Können wir unsere Leiche jetzt produktiv verdoppeln? Gehen wir mal wieder da rein. Bodies. Actual Body. Hallo? Können wir jetzt zwischen Körper hin und her switchen? Da ist ein kleines Männchen drin. Und zwar ist das das alte Faktorium-Männchen. Also eine ähnliche Farbe zumindest wie das alte Faktorium-Männchen, bevor es gelb geworden ist. Aber wie das jetzt funktioniert, habe ich keine Ahnung. Base, nein. Also ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt los und sterbe. Und wenn ich dann sterbe, sollte ich hier respawnen. Laut meiner Theorie zumindest. Das heißt, ich speichere mal kurz ab. Ah, so. So. Und ziehe die Rüstung einfach aus, ne? Ja, erstmal hinlaufen, weil ich schneller bin beim Laufen. Aber wenn ich dann da bin, ziehe ich die Rüstung einfach auf und gehe drauf. Für die Wissenschaft. Gucken, was in meinem Inventar passiert. Achso, wenn ich die Rüstung ausziehe. Genau, sollte hier fast ein One-Hit sein. Nö. Sehr gut. Sehr gut. Laut. Also so klappt es schon mal nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht zum Unsterblichsein gedacht, sondern, dass wir einen Körper hier haben. Dann haben wir irgendwo ganz anderes auf der Karte. Einen Außenposten. Hahaha. Brauchen wir ja nicht mehr wirklich heutzutage einen Außenposten. Was ich schon mal angesprochen habe. Was wirklich schade ist, dass wir kein Bedürfnis haben nach Außenposten, weil wir alles hier vor Ort herstellen können. Aber ja. Hätten wir theoretisch irgendwo einen Außenposten. Und dann würden wir da auch eine Leiche reinschmeißen. Dann könnten wir vielleicht irgendwie zwischen den Leichen hin und her springen. Das kann ich testen, wenn ich die nächste Leiche habe. Dafür bräuchten wir allerdings mehr Blut. Das heißt, es müssten mehr Dinge sterben. Das sollte nicht das Problem sein. Das ist das Problem.